ja es ist ich und k 8 ach komm leute 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 er 3 r schreitet r so jetzt ab dafür um ich hier schaffe mit dem Knappregal der Kopp Prozent als Stadler Prozent bei e dort streitig alle das ja denn ja und und auch und 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 ein k k k k nur bereich aus bleibt ein 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 was vorhanden vor über ein 4 4 da 5 3 3 da 2 2 1 1 1 1 Prozent der Heizküste da noch zwei Eier da das ist es für mich in der Macht zu haben die erste Macht k k nur nur ich kenne es nicht so gut Köln 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 Prozent 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 ein Zeichen jetzt machen er ich werde er hat er 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 Prozent 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 darf ich nicht St neunzeig da kann man auf um die das ist um Ich brauche jetzt erst mal am Anfang ein bisschen Rise will in den Wissen und am Schluss komme ich damit zurecht dazu. Das wird's nicht so für immer bleiben. Sotum bin ich nicht. Auch wenn ich so aussehe. Äh. Was ich's nicht machen kann, ist eine Schere, wenn die Hände hoch. Halte die Gott. Ah, das geht mit so einem Sack. Wie kommt der das ein bisschen rein? Wie kommt der das ein bisschen rein? Hey, das ist das ganze krass rein. Das ist das ganze Schaf ist echt viel, sag ich jetzt mal. Hast du schon wieder Wolle? Hast du schon wieder Wolle? Hast du schon wieder Wolle? Die Zeit ist gekommen, sie zu töten. Stirbkartoffel! Ah! Fast falsch getötet. Kuh darf nicht sterben. Baby-Kuh nicht sterben dürfen. Baby-Kuh nicht sterben dürfen. Hütchen auch noch da. Ohne Kuh will nicht zu Recht kommen. Ganz schlecht zu Recht kommen. medi internet zu lassen von nur str Beijmen. wahrscheinlich werde jetzt ein bisschen heißer sein weil die geräusche jetzt ein bisschen laut hier sind gott baby groß mann die scharfe und gelbes vielleicht auch das gelb als zuerst gelb das betrifft und er hat nämlich gut als erstes das noch mehr scharfe mein gott zeit für den absturz für den hänger tschuldigung die absturz ein männer steht im wald okay das würde ich nicht passen krupps hat er doch vollgebracht so jetzt bin ich mal kurz die kurze katz ja das war die post da muss man daran geht so weiter geht's so was soll ich machen Das mit das. Chuck, chuck, chuck. Gut. Äh, da. Klamm, keine Birke. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Holz fällen, damit ich bald ein größeres Haus bauen kann. Ich überlege mir vielleicht auch noch so näher zum NPC-Dorf zu wechseln. Ich werde einfach einen Weg hinbauen. Weil jetzt ist es halt 200, einfach mal raus aus, 240 Meter, also 240 Blöcke. Ist ein bisschen weit, finde ich, für das NPC-Dorf. Also ich würde es wahrscheinlich, ich würde es scheinlich müssen, wenn ich es NPC-Dorf, wo ich jetzt auch ausbauen muss. Oder halt, ja. Wie auch immer, wer nutzt. So, als der hier mal ein Stück, zockt. Ich habe rechtzeitig gesagt. Hatte. Hatte. Oh, Böcke. Böcke, Böcke, Böcke. jetzt das und das und das das und das das und das 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 da geht es so so ein paar Worte schlechte Zeiten aufbewahren man kann ja nie wissen ob man noch braucht ja was wollte ich jetzt Ich wollte... So... So... Schonmal das machen... Und... Das machen... noch was gleich kann ja das ist so aus was Prozent 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 Nein aus 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 das heißt nicht dass ich jetzt im Baul Prozent die Daraufhälter Prozent 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 die Leichter noch nicht das Wort Krupp Prozent m m m m m m m m so jetzt die die und aber egal ja was war das Problem für einen Huster Hüsterchen Es ist... Ja, toll. Jetzt reicht's nicht.